So, meine lieben Freunde, zurück zu einem neuen Mini-Let's Play. Ich habe ja länger mal keinen hochgeladen, jetzt ist das schon Part 6 der Mini-Let's Play-Reihe. Und ihr seht schon, ehrenso was Predator. Da fragt ihr euch bestimmt, warum ich jetzt das hochlade. Ich meine, das habe ich ja auch noch als Haupt-Let's Play-Projekt. Nun, das Spiel bietet im Singleplayer, neben den drei Missionen auch noch den Survival-Modus. Und den möchte ich euch zeigen auf Mausoleum und das Spiel starten. Denn der Survival-Modus ist teils noch erschreckender als die Kampagne. Und ja, als Mini-Let's Play eignet sich das auch gut, weil das auch so spannend ist. Und ja, ihr werdet jetzt ja alles sehen. Jetzt lagts ein bisschen. Da sehen wir, da sind wir auch schon. Und können sogar rennen. Und wir können nicht dieses Flashlight schmeißen, also dieses rote Feuer. Wo ist das? Da! Hab ich das Du... Komm her! Blödes Mistviech! Und auch hier können wir uns wieder Spritzen reinjagen, wenn uns Leben zu erneigt gehen. Wo zum Teufel ist das? Hä? Wo zum Teufel? What? Das ist sicherlich so scheiße schlau, ey! Ah! Was ist das? Billiges Mistvieb! Hä? Da! Oh! Oh! Da! Da! Mir gibt's auch nicht mal aus 3 drücken, wenn sie dich angreifen. Also... Wo? Oh, oh! Oh, oh! Oh, scheiße! Oh! Da oben ist es! Ich hab dich! Das kann gut zu tun! Da noch eins! Wo kommt die ganzen Mongos her? Holy shit. Das Moratorium ist auch noch schon ein. Okay, Welle 2. Diesmal ist ein Gem. Hä? Ah! Farek! Ja man! Das ist die Bosswaffe! Da! Oh! Schnell spitzen! Da! Licht! Ach wie schön! Oh heulich! Da! Nein! Verdammt, Alter! Also das Mini-Let's Play ist länger als normalerweise ein Let's Play von mir. Also Mini-Let's Play. Weil, ja, im so weitem Modus kann man natürlich auch lange überleben, wenn man gut ist. Oh! Also ich nicht! Da lad nach! Holy! Hä? Oh! Komm auch von überall! Mann! Was ist denn das Problem an der Scheiß-Sache? Hä? Hä? Ah, ich hab's nicht gesehen! Hä? Oh! Oh! Piss dich aus meinem Leben! Und spritzen! Oh man! Oh man! Lasst mich doch alle mal in Ruhe! Nix Besseres zu tun auf mich zu jagen! Das war ernster! Aber das lassen wir mal! Und sorry, dass ich heute gleich ein bisschen leise werde! Oh! Auf die Ohren guckt! Es ist grad 8 Uhr morgens! Hopp! Da bin ich immer so! Ah! Meine Reflexe lassen auch rum! Jetzt bin ich perfekt durch das Säure-Blut gedappt! Wie schlauer! Ah! Mistviech! Hä? Oh! Sechs Aliens sind noch zu töten! Das seht ihr oben links! Ja! Flaschen-Ding! Oh! 5-0! Jetzt! Die Maschinengewehr! Verrekt! Oh! Ja! Du sterb nur warte mal! Geht sterben! Oh! Ja! Verrekt! Ja! 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 Ich habe jetzt auch noch ein Thema zu lange! Ja! 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 So! Ja! 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 Fuck. Kamera. Oh Gott, das war jetzt echt schlecht von mir. Egal, wir quitten. Ich sag danke fürs Zusehen, freut euch auf weitere Videos. Und bis dahin. Ciao.